Ja, jetzt werde ich beschossen von... Umdrehen, das ist es... KI 61. Ich bin auf dem Weg, aber du wusst... Oh mein Gott, wo bist denn du? Du bist sieben Kilometer von mir entfernt. Hier. Und ich hab diesen... Ich bin den Weg nicht geflogen. Ich hab mein Flugzeug unter die Arme genommen und bin dahin geschwommen. Okay, toll. Das ist toll, dass du das gemacht hast. Ah, da oben ist eine PE 2. Die hol ich mir. Oh, die ist aber schnell unterwegs. Die ist gerade dann hier vorbeigezischt. Nein, du bist zwei... Und eine andere vielleicht. Warte, was ist bei unten? Bei dir ist vorbei. Eine SP. Ja, und ich muss jetzt nachladen. Ah, scheiße. Ich bin nicht gerade sehr schnell unterwegs mit meinen 250 2A jetzt steigst. Nein, ich bin mit 300 steilaufwärts unterwegs gewesen. Da ist ein brennendes Flugzeug. Wie schön. Nicht getroffen? Doch, jetzt. Schießt die Spitfire ab, Eskel. Ich bin gerade anders beschäftigt. Ja, schau mal, wer vor dir ist. Aus unserem Team. Oh, ach ja. Okay, so meinst du das. Mach doch der PE 2 nicht so viel Angst. Hinter dir ist eine BR-1-109. Oh, hoffentlich lässt die mich in Ruhe. Oder ist die nach mir? Eine KI ist nach mir. Nee, doch nicht. Ja, ja, ich beeil mich auch schon. Aber irgendwas anderes ist nach mir. Oh, ich verpiss mich. 400 aufnehmen und dann... Das ist halt das Gute in dem Flugzeug. Es ist schnell. Nicht, die Schwindigkeit ist schön. Und zum Glück ist da unsere Flotte in der Nähe. Ja, deswegen verpiss ich mich auch gerade in diesen Richtung. Diesen Richtung. Wo ist du diesen Richtung? Oh, die PE 2 ist weg. Ach, bist du jetzt die Aircobra? Ja. Dann warten wir auf mich. Könnte ich an sich tun, aber da ist was. Was ich abschießen will. Oh, ich muss gerade die ganze Zeit gegen so Gepanzerte kämpfen. Oh, hopps. Oh, Kill Assist. Welcher? Du Pisser! Ich weiß nicht. Trotzdem bist du ein Pisser. Ich hab nur einen Kill. Ich bin halt schon ein Bowfighter. Ich hab auch bloß einen Kill. Oh, das ist ja schlecht. Ich hab keinen Tod. Ich werde immer besser. Komm halt durch, KI. Die IL halte ich dir vom Arsch. Muss man hier landen oder? Ich weiß es mir eigentlich auch nicht. Wir haben es eingenommen. Das ist ein Ziel. Wahrscheinlich ist es vom Mengenverhältnis der Flugzeuge. Die in dem Luftraum sind. Was? Die etwa in dem Luftraum sind oder was? Das wollte ich sagen. Ja, ja, die hier in der Nähe sind. Weil man kann sich, wenn ich so nach hinten schaue, ziemlich viel blau und dann vorne ein bisschen rot. Aber jetzt kommt mehr rot hinzu. Also jetzt bekommen sie ihre Tage. Aber irgendwie, nee. Das kann ich gerade irgendwie nicht auf mir sitzen lassen, dass ich gerade so wenig Kills mache. Äh, mach ein paar Teamkills. Ja, aber die Map ist halt kacke. Unter anderem. Ich natürlich nur. Ne Kitty Hawk, ah. Na, 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 na. Nein, ich bin zu schnell. Oh Gott, was macht denn der für... Oh, 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 oh. Na, ach, immer diese deutschen Flugzeuge. Warum ist der Bomber endiger als ich oder so? Hä, was? Warum kriege ich ja... Hinter mir ist ja einer! Hä? Ich fliege mit meinen Leuten und hinter mir ist einer? Ey, ich fühle mich verarscht. Ey, die Map kotzt mich ehrlich gesagt so an. Ey, die Map ist so... bescheiden, echt. Auf der hat man wenig FPS und nee. Okay, ich will wieder, ehrlich gesagt, Domination Stalingrad haben. Genau, der schießt mal wieder eine Kugel. Er hat nur eine Kugel abgeschossen und diese eine Kugel zerstört meinen Flügel. Naja, wenn er jetzt erstört. Jetzt nehme ich mein schlechtstes Flugzeug. Ich merke gerade schon wieder, ich bin mit meiner Kitty Hawk viel zu schnell unterwegs. Weil ich ja alle drei Sachen habe, was die schneller macht, füge dir jetzt 600 auf. 600 sind meine Standardgeschwindigkeit. Hinter dir. Was ist da? Luft. Hör auf mir den Gang, bitte. Staub. Oh Gott. Der Luftraum gehört jetzt mehr dem Roten. Esken? Ja. Du bist ja ganz allein. Das ist mir vollkommen egal, ich will diese PE down haben. Ich hab sie down. Dann dreh ich mal um. Ja, ich seh es nicht, Jack. Nein. Unter anderem. Was? Nein, der fliegt auf mich zu. Was? Warum hat er gleich... Alter, was war denn das? Was war alles hinter mir? Ich glaub's ja nicht. Ich hasse das, wenn du keine fünf Minuten mit deinem Flugzeug unterwegs bist und schon wird dir ein Flügel abgeschossen. Was ich hasse ist, wenn man ein bisschen rumfliegt, richtig gut mit seinem Flugzeug ist und wenn man durch eine Kollision stirbt. Ah ja, jetzt ist es gelb, mein Flugzeug. Was ist das große? Okay. Boah, ey, das kotzt mich gerade so an. Ich hat... Ey, wann hab ich bitte das letzte Mal eine negative KD in diesem Spiel gehabt? Die Map ist kacke! Ich kann hier keine Einteilung mehr kennen. Die haben sogar noch alle Flugzeuge. Also doch, ich kann hier schon eine Einteilung erkennen. Das ist unser Bereich in der Mitte, das ist neutral, aber... Ne, find ich gar nicht. Ich kann hier auch keinen Bereich erkennen. Manchmal ist es... Der verschiebt sich so stark. Die Fronten, die verschieben sich auch immer unterschiedlich. Mal ist die über den, wenn man auf unserer Seite, mal auf der anderen Seite. Aber auf den anderen, da sieht man schon eher... Da kann man auch schon sagen, wenn man da über der Base ist, ist man sicher. Oh, und jetzt natürlich werde ich von der Kitty Hawk verfolgt. Ich bin down. Bist du down oder so? So gut wie. Wenn ich... Ich werde von der... Nein, ich schieße die Kitty Hawk. Die hat abgedreht. Was verschießt mich denn gerade? Was hat mich denn gerade bitte noch angeschossen? Wie geht die Hawk? Genau! Schon wieder mein Flügel. Aber nur mein Flügel, ja? Du kommst rein, keine fünf Minuten und schon ist dein Flügel ab. Ja, ich frage mich, wie die so genau zählen können auf einen Kilometer Entferner. So wahrscheinlich sucht die Kinder, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer dass ich hier spiele. Kill Assist! Du! Dreckiger! Ey! Was? Die Kitty Hawk war immer noch hinter mir! Diese verfickte Kacke! Nicht immer noch. Schon wieder. Ne, war doch, hä? Jetzt habe ich so ein Ding... Ey, ich kapier's nicht. Ich hasse diese Map, ey. Nächstes Mal riech ich diese Map beschrieben, äh, gehe ich sofort aus dem Game raus. Jetzt habe ich... Ey, das kotzt mich so an! Hm. Hmm. Ja, natürlich ist er bloß rot. Boah, wir haben schon... Wir haben mehr... Wir haben schon ziemlich viele Flugzeuge verloren, im Gegensatz zu denen. Krass, eine Jagd 9 wird gerade von... Ich habe 5... 700 Leuten verfolgt. Ja, fuck you. Endlich. Das war so eine behinderte Runde. Echtes... Nee. Ich will eine schöne Runde spielen, auf irgendeiner Map, die man kennt und nicht... So was... Gay-haftes. Sehr froh, dass du überhaupt 2er-Halbschüsse hast. Und wie viele Golde... Silberne-Löwen-Köpfe hast du? 380.000. Also 381.093. So wenig nur? Du? 60.000. Na, kannst du ja schon ordentlich viel leisten. Ja, also ich meine, wenn ich jetzt aufsteige, das Level, dann kann ich mir gleich die BF 109 leisten. Auch, wenn ich die persönlich nicht so geil finde. Weil... Äh... Die... Na gut, die Geschwindigkeit an sich ist eigentlich ganz schön, aber... Die ist nicht die wendigste, aber das hält sich noch in den Rahmen. Na gut, sie hat 2... 8 Millimeter, aber nur gut 2,20er oder so. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Sie hat es teils gut, aber teils auch wieder... Na ja. Das ist eine BF. Naja, aber... Mach dich mal ready, ja? Wart mal kurz, äh... Bist du bereit? Ja... Mathe, ich hab auch nen Knopf gedreht. Jetzt. Was isst du da schon wieder? Erst nicht, ich snister bloß. Musst es sein? Vielleicht. Nein, irgendwie nicht. Aber nur irgendwie. Nur irgendwie. Ich hab grad mit der Plastikflasche auf mein... Auf mein Lichtschalter eingetroschen, weil ich zu voll war, um aufzustehen. Ja, na also... Na gut, Stalingrad... Stalingrad Winter finde ich besser. Beide sind gut. Na, jetzt kommt unsere Taktik zum Einsatz. Einfach Idioten abschießen, die sich zu weit in unser Gebiet vorwagen, oder? Mhm. Welches Gebiet? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir A oder B haben. Na gut, aber es kommt drauf an, also... Wenn ich jetzt wieder verkacke, weiß ich, es liegt da... Wir starten über Stalingrad. Aber wenn ich jetzt wieder verkacke, dann bedeutet das, das liegt in der... Oder zumindest diese... Und wenn ich in der nächsten Runde verkacke, dann weiß ich, woran das liegt, dass ich verkacke. Weißt du, woran? Ja, jetzt kommt die Oberpros. Nein. Äh... Das... Na gut, das ist auch ein bisschen daran, nee. Es liegt daran... Äh... Die Aufnahme. Nicht nur das, sondern auch die Auflösung, auf der ich spiele. Was hat das mit der Auflösung zu tun? Alles sieht nicht mehr ganz normal aus. Also ich spiele normalerweise auf Full HD mit 45 Frames und jetzt spiele ich auf HD Ready mit 35. Lass es lieber mit dem Kiffer sein. Ja, ja, ja. Ja, aber der Husten ist extremst nervig. Den habe ich jetzt schon seit knapp zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. A big ship needs a big ship. Ja. Bester Spruch. Ja, Torpedo. Haha, pedo. Fighter Spawn Point. Und jetzt machen alle wieder... Alle auf A wieder. Nee, ich meine jetzt... Alle fliegen jetzt mit, äh... Höchstgeschwindigkeit. Auf A zu. Auf dem GS auf A zu. Und vergessen dann zu bremsen. Keine Angst, ich fliege gerade bloß mit 600. Nur. 650. Echt? Oh, ich komme doch sehr viel schneller gedacht. Na, oh fuck. Ich habe gedacht, ich kann jetzt so übers Wasser lange abbremsen, aber ich bin ja so schnell, dass ich das Wasser sehr schnell hinter mir lasse. Stell mal die, äh, Flaps auf, Len. Hab ich schon gemacht. Dann kommst du automatisch auch ab. Ich habe das Tutorial auch gemacht. Nein, hast du nicht. Hast du recht, du blöd. Das hat dir niemand befohlen. Wieso hast du es trotzdem gemacht? Der Typ kommt noch schneller an als ich. Ja. So eine Idioten. Genau das meine ich. Mal sehen. Vielleicht bekomme ich es ja noch. Nein. Ich habe es bekommen. Es war vergebens. Der Versuch. Ja, du sagst, ich war zu schnell, aber ich habe es bekommen. Was ist mit dem passiert? Ja, er hat Vollgas gegeben und, äh, dann sind seine... Reda irgendwie noch am Boden abgefallen. Sein Fahrwerk ist abgebrochen. Und sein Rumpf ist sofort nach unten runtergesackt. Ja. Ich stehe kurz mal wieder auf einen Kilometer Höhe, da fühle ich mich wohler. Flieg mal ganz knapp über den Boden und drück dann D. Ja, es ist mit der L encrypt nach den ...